jetzt nicht hier düngen mit hier kleiner tierhaufen was haben wir hier was ist das großartig sehr hübsches aber wenig düngen tierkack sehr hübsch düngen tierkacka wo ich nicht guckt was das auch selbst düngen kaka das nur hübsch kaka 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 so dünnen können wir nicht ableger bewässern gott pflegen das brauchen wir nicht noch ein bisschen ernten immer noch den ball wudupuppe madame so ist wudupuppe aha treten post was ist denn was ist denn das für musik ach das ist ja gar nicht mehr meine playlist ich dachte mir schon ich kombiniere dass ich sowas komisches gespeichert hatte naja so ich wollte noch mal wieder bild malen vielleicht machen wir irgendwas cooles ich hätte gern ein klassisches gemälde mittelgroß bitte bedürfnisse und das krasse ist für mich müssen wirklich 0,000 schlafen das ist krass wo schau mal das hat hier sogar so laser dinger oh so ein verrückter hause ja 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 der hasenkapitän oder was ist das eichhörnchen das kommt hier rein oder da kommt es hin passt doch so und was machen denn die pfote so was kann noch beigebrachte sitz keine so ich ja 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 das kommt schon hier spazieren gehen wieso habe ich jetzt eigentlich wieder mein sport outfit an das weiß auch niemand freitag samstag 18 uhr da gammelt irgendwas wo ich muss dringend mal aufs klo also im spiel mehr auswahl hier obwohl er wo bin ich denn komme ich auch mal bald wieder ja jetzt ja stopp 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 und stopp jetzt schon aufs klo sterfs klo man wo ist mein hund achterkonten der kugel sehr gut jetzt haben wir nämlich das essen mal endlich weg ne kann man das jetzt nicht immer noch drei übrig ich hoffe das ist jetzt mal rund das ist was anderes essen können null leeren ich schaue die dir nicht hat schon wieder hunger gourmet menü salatchen naja komm dann esse ich halt die reste mal wieder im stehen überläuft haben ja keine sitzgelegenheiten im haus räum es halt weg was ist mit dir also soll man nochmals trainieren gehen nationale aura aktivieren sind wir haben aufwärts an aufwärts sich selbst und hier sich frisch machen gibt es eigentlich noch sportgeräte irgendwas cooles sind denn die überhaupt welcher rubrik spiegel so in den aktivität zeug brauche ich das da oder ja das haben wir das haben wir fitness umgebung 4 oh v schlagsam sagt schalte dieses level 10 bedurfszeug boss oh cool okay ja mehr haben wir momentan nicht schade was das hier oh kann man da auch ach cool schweres gewicht heben doch mal wieder bis sie fitter werden wippler 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 so schaut unser haus von innen aus das ist unser trainingsbereich ist sogar nicht so schlecht oder gut hier müssen wir noch was machen an den wänden maximales was maximales körperliches Potenzial deines Sims erreichen ist es dass er halt der obermuskel johnny chef ist jetzt oder was aber er schaut halt so er schaut halt so dicklich aus ich weiß nicht ich bin mir unsicher hmm hmm joggen ja geht doch mal joggen vielleicht hilft das ja was ich habe schon wieder aufgehört okay kann man wieder ernten aber irgendwie ist schon doof dass wir nicht mehr schlafen wenn das schläft und die da auch nicht mehr dass wir nicht mehr schläft und die futter ist noch voll bisschen ist eigentlich immer an spinat erdbeeren lilien noch im profil was ist denn hier eigentlich karten pflegen ach so jetzt kommt ja die madame kommt ja nicht wieder selber drum kümmern dünnen dünnen hier mit dünnen hier mit einer kartoffel hier ist auch nur normal düngen mit einer birne das düngen wir mit weintrauben okay wenn sein muss also gotten pflegen fertig ist keine freude wieder anfangen die gärtner ziehen es halt auch nicht durch die bleiben ein paar stunden was hat schon ein bisschen doof ist schau ich das alles glitzert läuft was ist jetzt mit dem das müsst ihr doch auch mal machen und die aufgehoben wie nett ist das denn weiterentwickeln und dann müssen wir auch links hübsch gut hygiene erfrischende dusche danach hier spielen dann haben wir da noch wie lange hält das noch ja müssen wir eins davon essen rest nehmen schwabe oh turishi guas gumel oh 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 ja ist ja jetzt da ist der im stehen meiste Da ist der im Stehen. Der Lumpi. Ach, dass der das nicht aufräumen kann. Ähm, was macht ihr denn jetzt? Das baut mal die Arbeit. Aber Tee lohnt sich noch nicht ganz. Mal spielen. Natürlich, solange mal hier ein paar Sachen verkaufen. Na, was legt denn das manchmal so? So, haben wir fast nichts. Aber besser ist nix. Es lohnt sich halt nicht, wenn ich mir extra die Mühe mache. Wieso steht denn das immer anders? Macht das der Hund? Dreht er das rum? So bestell ein Bug, oder? Komisch. Komisch. Hallo, Meier. Teenager. Teenager. Blue. Ist das hier? Hydrant. Oh, hallo. Wie ist es denn hier? Brillant. Brillant. Ausgezeichnet. Umwerfend. Ja, ich weiß nicht, was da... Also das hat jetzt... Großartig. Ausgezeichnet. Oh, lässchen oder oh, läschen. Eins, zwei, drei. Grüß dich. Weiter, ach nee. Ach nee, jetzt weiß ich es wieder. Die, die blinken. Die sind... Die sind dafür da. Zum weiterentwickeln. Jetzt weiß ich es wieder. Ja, sehr gut. Was bin ich denn da noch, du? Du! Und wir müssen daran denken, dass wir jetzt gleich mal einen Tee trinken für die Konzentration. Und dann... Und dann müssten wir eigentlich befördert werden. Ich habe alles gemacht. Ich habe wirklich alles gemacht. Und wir wurden schon ewig nicht mehr befördert. Was haben wir denn überhaupt für einen Rang? Acht. Machen wir uns jetzt schon mal einen Tee. Kann ja auch früh mit schwarzer Tee. Was stand da? Nick hat seine Stärke und sein Geschick unter Beweis gestellt. Jetzt haben die großen Bosse ihm ein Stethoskop, eine Bohrmaschine und eine Karte mit den Banken gegeben, die sie im Visier haben. Endlich, was? Endlich eröffnen sich die Türen für Nick, im wahrsten Sinne des Wortes. Nächste Beförderung der Kopf. Uh. Das zweite. Oh, läschen. Alles klar. Oh, ist klar. So, jetzt gönn dir. Gönn dir schön. Glücklich? Ja, nicht glücklich. Ich brauche konzentriert. Hä? Was macht er denn jetzt? Trinken? Hä? Ah, jetzt hat er. Vier Stunden. Ja, das reicht eigentlich. Eigentlich reicht es. Wenn es zählt, dass es langt, wenn ich nur in die Arbeit gehe. Das weiß man natürlich nicht. Äh, was machen wir denn noch? Hier nochmal. Und sozial. Ja, was machen wir denn? Wir rufen irgendjemand an. Äh, plaudern mit. Der da. Meine Freundin. Schmuhn. Schmuhn, hat er gesagt. Glaube mit. Ja, nee. Ich kann jetzt nicht. So, nochmal den Hund streicheln. Ich gehe doch wohl aufs Klo. Jetzt. Jetzt Arbeit. Oh, hoffentlich werden wir jetzt befördert. Das wäre sehr nice. Oh, jetzt liegt er da. Komm, Beförderung, komm. Yes. Oh, schau mal, wie ich ausschaue. Oh, krass. Voll der Ober- Johnny. Nick wurde befördert und hier ist jetzt der Kopf. Er verdient jetzt 64 Ocken mehr pro Stunde, was einen Stundenlund von insgesamt 383 pro Stunde ergibt. Entschuldigung. Er hat zudem den folgenden Bonus erhalten. 6699 Kohlen am Computer nach Bankgrundrissen suchen. Seine nächste Schicht beginnt man Sonntag um 18 Uhr. Sonntag, Mittwoch, Dienstag. Oh. Cool. Was sagt der Job jetzt? Kann ich nochmal aufsteigen? Ist ja, da. Ja, da werde ich dann Boss. Nick hat endlich promoviert auf der Straße. Als Kopf seiner eigenen Organisation plant Nick die großen Aufträge, landet die großen Treffer und bringt haufenweise Simoleons nach Hause. Nächste Beförderung der Boss. Da muss ich Schämpfähigkeit auf Level 10, Level 6 geschickt habe ich, Objekte verbessern. Easy. Cool. Nice. Das ist ja richtig cool. Ich würde mal gerne nach Bankgrundrissen schauen. Aber erst den Hund begrüßen. Oh ne, nicht wecken. Karriere? Ne. Ähm. Wo ist das? Web. Ah, Bankgrundrissen suchen. Jetzt halt. Was bring ich mir das dann? Da krieg ich dann auch Kohle, oder was? Muss mal gucken. Hm. Ah, oh, hü, hu. Ja, sofort Hund. Für wenigstens kann die Grunde sind irgendwo finden. Vielleicht sollte ich es später nochmal versuchen. Okay. Äh, Hund, wo bist du jetzt hin? Achso, jetzt ist er. Sehr angespannt. Oh, was machen wir dagegen? Duschen. Das ist doch gut. Wieder Punkte. Wie viel haben wir denn? 2380. 2380. Kann man sich irgendwas cooles kaufen? Für immer satt. Ne, das ist ja. Weiß auch nicht. Für immer frisch. Nie duschen. Bracht niemand. Keine sozialen Kontakte. Vorlenzer. Die Pranzung waren versichst mit einem mega grünen Darm. Strotzen oder so vor Gesundheit. Ach, das ist natürlich cool. Alle Fähigkeiten schneller ist auch cool. Nie angespannt. Charisma. Charisma. Unternehmerisch. Werden in ihrer Karriere mit größerer Wahrscheinlichkeit befördert. Das nehme ich. Das nehme ich. Das nehme ich doch. Das nehme ich doch. Ich würde schon Feuer nehmen sollen. Verdammt. Aber du hast doch jetzt geduscht. Was ist los? Sich selbst vor dem Spiegel beruhigen. Wenn ich der Boss bin. Deswegen bin ich so angespannt. So. Easy. Ach, das vergesse ich immer. Jetzt sehen wir uns schon wieder. Der ist wahrscheinlich wieder oben. Oh nein. Also mein Gott. Ah, komm mal. Hund. Warte. Der läuft doch jetzt bestimmt zu mir, oder? Nee, das ist ein Boll. Ah, hier. Schon wieder ein Hunger. Schwabe. Oh, das bringt so viel Spaß. Da braucht man nichts anderes mehr. Das ist super. Hoppala. Auf rein. Sehr gut. Ich wollte mal was gucken. Äh, so. Nee. Ah ja, gut. Ich habe noch kein Dach, was ein bisschen blöd ausschaut, natürlich. Aber so? Kann man jetzt nicht meckern, oder? Schaut doch einigermaßen nett aus. Ausbrächtig, wie gesagt, noch ein Dach. Aber ich würde gerne noch einen Stock weg drauf machen. Einfach, weil ich es kann. Ja. Ist schon echt doof aus. Na gut. So. Speichern. Aber wie geht es?